Ich glaube, in fünf bis zehn Jahren wird die Photonik 4.0 einerseits sich durchgesetzt haben, was die vertikale Vernetzung angeht, die Anbindung des Shopfloors an die Cloud. Wir werden sehr fortgeschrittene Systeme haben, was Datenanalyse angeht und darüber die Verfügbarkeit der Photonik in der Industrie ganz wesentlich voranbringen. Wir werden in fünf bis zehn Jahren erste wirklich große Produktivitätsgewinne über die horizontale Verkettung sehen, aber werden da im Grunde dann erst, ich denke jetzt an fünf Jahre, erst das richtige Potenzial erkennen und dann die nächsten Schritte gehen können.